In Österreich läuft der Prozess gegen Josef Fritzl und der Anwalt sagt, die Medien hätten aus ihm ein Monster gemacht und ungewöhnlich sei nur der Aufbau einer Zweitfamilie. Ja, ein Monster würde sich so einer Doppelbelastung nicht aussetzen. Familie und noch eine Familie. Vielleicht wird ihm die Zeit, die er bei der Zweitfamilie im Keller verbracht hat, auf die Haftzeit angerechnet. Morgen geht's weiter.